Die Wahrheit ist, wir haben uns irgendwann damit abgefunden, dass Menschen sterben. Und dann beschweren wir uns, wenn da nicht genug Empörung da ist oder wenn nicht genug Mitgefühl da ist. Aber die Wahrheit ist, wir haben uns selbst dieses Mitgefühl abschaffen wollen. Also wir leben in einem konstanten performativen Widerspruch. Wir sagen, wir wollen eine bessere Welt. Wir sind nicht bereit, an diese bessere Welt zu glauben. Wer an etwas nicht glaubt, sabotiert dieses Ziel automatisch. Als ich Deborah Feldman das erste Mal begegne, tritt mir eine klarsichtige Frau entgegen, die sich und ihre Umwelt präzise beobachtet. Weltberühmt wurde sie durch Unorthodox, jener Netflix-Serie, in der ihre Lebensgeschichte verfilmt wurde. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die der abgeschotteten Gemeinschaft orthodoxer Juden in Brooklyn unter Lebensgefahr entflieht und sich komplett neu erfinden muss. Bücher, so sagt sie, wurden in dieser Zeit zu ihrem inneren Koordinatensystem. Und sie sind es bis heute. Seien Sie dabei, wie ich Deborah Feldman treffe. Herzlich willkommen bei Das Buch meines Lebens. Mein Name ist Tiago Damarinic, ich bin Autorin und Host dieser Sendung. Mein heutiger Gast ist Deborah Feldman und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, mit mir über Bücher zu sprechen. Hallo. Vielen Dank. Hi. Weißt du überhaupt noch, wie kamst du so zum Lesen? Erinnerst du dich überhaupt an dein erstes Leseerlebnis? Weil Lesen hat ja in deiner Welt eine große Rolle gespielt. Ja, ich habe das, glaube ich, als allererstes auch in dem Buch Ohnorthodox aufgearbeitet, wie Lesen so früh eine Rolle eingenommen hatte, weil mein Leben so viele Leerstellen hatte als Kind. Es gab so wenig, womit ich mein Leben füllen konnte und womit ich meine Gedanken füttern konnte. Und ich habe nach etwas gesucht, wovon ich nicht wusste, dass es es gab. Und das Einzige, was zur Verfügung überhaupt stand, waren Bücher, weil die Außenwelt war so geschlossen. Aber es gab die Bibliotheken und da könnte ich mich reinschleichen. Und da könnte ich erstmal einen Blick in andere Welten, andere Zeiten, andere Persönlichkeiten erhaschen. Und von dem Anfang dieser Zeit war das schon so, dass jede Lebensphase seine prägende Bücher hatte. Und diese Bücher haben mich dann als Mensch verwandelt. Also die haben mich quasi auf meinen Pfad weitergeschoben. Jede Entscheidung in meinem Leben ist auch von einem Buch angefeuert worden oder informiert worden. Und als man mich gefragt hat für diesen Podcast, die Bücher meines Lebens, Ich glaube, zuerst kam eine riesenlange Liste. Es ist unmöglich, es ist absolut unmöglich für so jemanden wie mich zu sagen, dieses eine Buch, weil alle Bücher, die ich lese, sind mir schon sehr wichtig. Wenn ich schon was lese, dann ist es sehr prägend. Ich nehme meine Bücher sehr ernst. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich dann zu dieser Auswahl kommen? Und dann habe ich gefragt, okay, dann muss ich mir alle meine Lebensphasen anschauen. Und ich muss tatsächlich gucken, in welche Lebensphase habe ich mich am meisten gewandelt. Weil dann kann ich wissen, welche Bücher mich am meisten gewandelt haben. Und dann kam ich zu dieser Lebensphase in der Zeit nach meinem Ausstieg. Weil ich war, ich sage immer, ich war ohne Persönlichkeit nach dem Ausstieg. Ich hatte keinen Charakter, ich hatte kein Selbst, weil ich war allem entleert, was mich zu Menschen gemacht hat in meiner Gemeinde. Ich habe alles hinter mir gelassen. Und ich habe gemerkt, dass die Hoffnung, dass ich ein Individuum hinter diesen Ritualen und Geboten habe, ist nicht in Erfüllung gegangen. Also da war kein Individuum, das auf mich gewartet hat und gesagt, jetzt bist du die Deborah. Das bist du. Also ich habe gar keine Ahnung gehabt, wer ich bin. Aber du hast gerade gesagt, du hast dich in die Bibliotheken geschlichen. Ja. Das war auch nicht gewünscht. Es war nicht erlaubt. Es war verboten, in die Bibliotheken zu gehen. Aber da gab es ja schon eine Deborah, die immerhin wusste, sie will in Bibliotheken schleichen. Ja, aber sie hat nicht gewusst, was ihre Geschichte ist. Sie hat nur gewusst, es gibt Geschichten und sie muss ihre finden. Aber sie wusste nicht, was ihre Geschichte war. Und nach meinem Ausstieg habe ich immer noch nicht gewusst. Ich wusste nur, das ist die Vergangenheit, das ist die alte Deborah, die ich nicht wirklich war, aber die ich so performen musste. Und ihre Geschichte habe ich in Unorthodox aufgeschrieben und habe gesagt, okay, jetzt tschüss, das war deine Geschichte, aber jetzt bist du tot. Jetzt gibt es die neue Deborah. War das für dich dann auch als der Film so erfolgreich? Also die Serie so erfolgreich wurde, dass du gesagt hast, es bin gar nicht mehr ich, weil das ist eigentlich eine andere. Ich kann mich nicht so gut damit identifizieren, weil die Person, die ich heute bin, ist neu geboren im Prinzip nach dem Ausstieg. Und das sind die Menschen, die meine neue Familie wurden, nachdem ich ausgestiegen bin. Und es gibt einen ganz klaren Grund dafür, weil ich bin ja von meinen Großeltern erzogen worden. Es waren Holocaust-Überlebende. Die haben mich sehr, sehr geprägt, aber die haben nie wirklich darüber geredet. Und das heißt, ich war einerseits vom Holocaust komplett geformt worden, aber nie auf bewusster Ebene. Man hat es nie besprochen. Und ich habe im Prinzip nach den Stimmen meiner Großeltern gesucht, nach den Stimmen, die mit mir hätten reden wollen. Und ich habe Primo Livi gefunden und John Ameri und Gregor von Rizzori und Cezmov Mivosch und viele andere, Horei Semprun und Paus Silan und Nelly Sachs und Imrikjad. Ich kann ewig lang, hier ist eine Riesenliste. Es war sehr schwierig, auch nur auf diese vier zu kommen, von dieser Phase. Allerdings muss ich sagen, ich habe all diese Autoren im Antiquariat in Amerika entdeckt und nicht in den Bibliotheken. Primo Livi ist hier, glaube ich, bekannt. Er ist in Amerika, wurde er nicht groß thematisiert. Und als ich auf dem College war, bei Sarah Lawrence, da haben wir Nisch Primo Livi gelesen, da haben wir Virginia Woolf von Charles Dickens gelesen oder Faust von Goethe. Also niemand hat sich mit diesen Autoren mehr beschäftigt. Und als ich die entdeckt habe, da hatte ich fast das Gefühl, dass mein Großvater und meine Großmutter mit mir reden würden. Endlich, durch die Stimmen dieser Menschen, also durch die Stimmen dieser Zeit. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, wie man hier sehen kann, für Gegenpole. Nehmen wir erst mal Primo Livi und Jean-Amarie. Jean-Amarie hat Primo Livi herabsetzend den Verzeiher genannt. Sie haben sehr gegensätzliche Positionen. Jean-Amarie war der Mensch, der gesagt hat, es gibt kein Verzeihen, es gibt keine Wiedergutmachung, es gibt kein Leben nach dem, was passiert ist. Er hat sich umgebracht. Er hat auch darüber geschrieben, bevor er sich umgebracht hat. Und Primo Livi hat gesagt, was haben wir daraus gelernt? Was ist ein Mensch nach dem Holocaust? Wie kann man sich eine Welt vorstellen, in der der Holocaust nicht mehr möglich ist? Und die haben sehr unterschiedliche Pfade gewählt, nach dem, was sie erfahren haben. Die haben das Schlimmste überhaupt erfahren. Und die haben gegensätzliche Positionen daraus entwickelt. Das fand ich sehr, sehr anregend. Und der war für dich zuerst da? Also wen hast du zuerst? Tatsächlich Primo. Primo war zuerst. Er war der erste Autor, den ich aus dieser Zeit entdeckt habe. Tatsächlich fing ich mit dem periodischen System an, was ein extrem poetisches Buch ist. Und die Geschichte, woran ich mich am meisten erinnere, aus dem periodischen System, heißt Vanadium. Es ist eine so spannende Geschichte. Primo Livi war Chemiker. Und er arbeitete in einer Firma, die so Lack und Farbe hergestellt hat. Und da schrieb ihm so ein deutscher Kunde über einen angeblichen Fehler in einer Lieferung. Und dann hat er diesen deutschen Kunden erkannt, aus Auschwitz. Und er hat einen Briefwechsel mit ihm geführt. Und dieser Briefwechsel ist unglaublich. Es hat mich so umgehauen, wie er es schafft, sich diese Konfrontation zu stellen. Und wie er seine eigenen Ängste und Trauma und Befürchtungen und auch Groll und so alles so offen verarbeiten kann und dabei nie seine eigene Menschlichkeit verliert und nie die Menschlichkeit dieses Gegenübers. Obwohl diese Gegenüber schuldig ist und seine Schuld nicht verarbeiten kann. Und irgendwann versteht das auch Primo Livi. Und er versteht, warum. Und in seinen anderen Werken hat er sich auch sehr ausführlich mit seinen Briefwechseln mit vielen deutschen Lesenden auseinandergesetzt, Jahre später. Der war jemanden, der war immer bereit, dem Feind in die Auge zu schauen und zu sehen, dass der Feind nicht der Monster ist. Der Feind ist sozusagen ich, aber versagt. Ich, aber fehlbar. Also der hat immer verstanden, dass die Grenze zwischen dem Opfer und den Tätern eine sehr feine, flimmrige Grenze ist. Und dass wir deshalb so erschrocken sind, über diese Täter-Opfer-Verhältnis zu reden. Weil wir Angst haben, dass wir uns darin spiegeln, dass Täter und Opfer sich spiegeln könnten in ihren Grundwesen, in ihrer Existenz. Und ich fand es interessant, danach habe ich erfahren, dass es eben auch den Schriftsteller Jean-Amarie gab und dass Jean-Amarie sehr verachtungsvoll über Primo Livi immer geredet hat. Und ich fand es interessant, beide haben Suizid begangen. Aber eben Primo Livi, als er schon sehr alt war und es wurde fälschlicherweise so dargestellt, als hätte er Suizid begangen, weil er den Holocaust überlebt hat. Das stimmt nicht. Das haben die Biografien auch aufgearbeitet. Aber Jean-Amarie, da kann man schon sagen, dass die Ereignisse seines Lebens ihn dazu geführt hat. Das hat er auch selber aufgearbeitet. Und ich fand, dass sein Weg eben ein berechtigten Weg war, aber auch ein Weg in die Hoffnungslosigkeit, in die Zukunftslosigkeit. Das erklärt auch sein Suizid. Und Primo Livi hat immer für eine Zukunft gekämpft. Glaubst du, das ist eine Entscheidung, die das Individuum treffen kann? Oder glaubst du, es ist gemessen an dem, was es erlebt hat? Nee, ich glaube, es ist eine Entscheidung. Die haben beide Fürchterliches, Unvorstellbares erlebt. Und die sind aus diesen Erlebnissen völlig unterschiedlich rausgekommen. Und es wird sehr schwierig dann zu sagen, ist es eine Charakterfrage oder ist es eine Erlebnisfrage. Das ist sehr schwierig. Aber jedenfalls fand ich erst mal diese Gegenpol sehr interessant. Ich glaube, beide sind sehr wichtig. Man muss sich beide Ansichten anschauen. Eben die Hoffnungslosigkeit, die ist berechtigt teilweise, aber auch die Hoffnung ist berechtigt, genauso berechtigt. Und aus der Hoffnungslosigkeit können wir uns auch für die Hoffnung entscheiden. Also man braucht auch Jean-Amarie, um zu verstehen, was Primo Levi tut in seinem Widersetzen dieser Hoffnungslosigkeit. Und diese Autoren sind auch auf eine Art und Weise Gegenpole zu diesen beiden. Das sind beide nicht-jüdische Stimmen aus der Nachkriegszeit. Gregor von Rezzori, der in Deutschland immer unterschätzt wurde, weil er galt als irgendwie Unterhaltungsliteratur. Und er hatte auch so einen Ruf als, sagen wir mal, schleimiger Adelstyp. Also der kann heute auch sehr schlecht bei den Frauen ankommen. Das gibt er auch selber zu in den Biografien aus dem Ende seines Lebens. Ich hätte ihn wahrscheinlich als Menschen gar nicht kennenlernen wollen. Aber dieses Buch wird auch international als absolutes Meisterwerk des 20. Jahrhunderts anerkannt, weil es ist ein Buch über Europa, über diesen Antisemitismus, der ganz Europa durch und durch vergiftet hat. Und dieses Buch ist in vielerlei Hinsicht eine Selbstanklage. Es ist gar nicht von oben herabgeschrieben, da ist der Antisemitismus, so war er, so hat er funktioniert, ich habe das immer verstanden. Sondern er klagt sich selber mit diesem Buch an und er erklärt uns den Antisemitismus. Er schildert es auf fast haptische Art. Also es ist eine Milieuschilderung und man versteht, wie anhand dieses Antisemitismus Europa zugrunde gegangen ist. Und dann hat man auch so ein Autor, der das Buch über Europa des 20. Jahrhunderts schrieb. Das ist Czesław Miewosz, ein polnischer Adel übrigens, das finde ich immer sehr interessant, aus Vilnius und Litauen. Und er schrieb auch ein Buch darüber, wie Europa war, wie es hätte sein können, warum es nicht das geworden war, was es hätte sein können. Und beide diese Bücher sprechen immer noch zu der Europa unserer Zeit. Und das sind aber nicht-jüdische Stimmen, die von außen quasi auf die Geschehnisse, die die Juden betroffen hat, geschaut hat. Das war für mich wichtig, so eine Perspektive von der jüdischen Welt und eine Perspektive von der Außenwelt. Und dann habe ich diese vier Bücher zusammengeführt und habe im Prinzip für mich ein Bild von Europa gefügt. und dann bin ich nach Europa mit diesem Bild. Und man könnte denken, dieses Bild, mit dem ich hier ankam, wäre altmodisch und aus der Zeit gefallen, aber es stimmt nicht. Alles, was hier beschrieben wird und verhandelt wird, ist so relevant heute. Was da geschrieben wird über Hysterien und Stimmungen statt Gedanken und Diskursen, die Aufopferung des Individuums für kollektive sozusagen Mentalitäten, alles ist heute genau so, nur wie Primo Levi gesagt hat, jedes Zeitalter hat seinen Faschismus. Wir sind immer so beschäftigt mit dem Faschismus von dem letzten Zeitalter. Wir versäumen das immer wieder anzuerkennen, dass wir den Neuen unter uns haben. Und das ist das Problem mit dem Lernen aus der Vergangenheit, was Jean-Amarie im Voraus vorhergesagt hat. Er hat gesagt, das Einzige, was passiert ist, das Einfrieren der Geschichte, das Verstarren der Erzählung. Also wir stecken immer noch in der Erzählung über den Holocaust und schaffen das nicht, diese Erzählung am Leben zu halten und in die Gegenwart zu bringen und die Gegenwart anzuwenden. Es gibt in Srebrenica ein eigentlich ganz einfaches Museum mit Bildern, die dort die Menschen versucht haben, zum Erinnern aufzubauen. Und da beginnt eben auch der Leiter mit Primo Levi im Eingang. Es ist geschehen, es kann wieder geschehen. Also sich bewusst zu machen, dass wir eben nicht nur die Vergangenheit aufarbeiten, sondern mit dieser Kontinuität in die Gegenwart und wie gehen wir damit um. Jetzt habe ich ganz viele Fragen. Also einmal vielleicht die erste, warum wolltest du die Innen- und die Außenperspektive, also warum wolltest du ein Bild von sozusagen, du wolltest auch Leute, die von aus eben der nichtjüdischen Lebenserfahrung drauf schauen. Ich wollte wissen, ob es möglich ist, eine Sicht in der Außenwelt auf Juden zu finden, die nicht vom Antisemitismus geprägt ist, weil ich bin ja mit der Überzeugung aufgewachsen, dass der Antisemitismus etwas unentkömmlich ist, also es ist etwas, was man nicht bewegen kann und was so als absolute unbewegliche Tatsache gilt und dass alle Nischjuden davon angesteckt sind und ich wusste, wenn ich in der Außenwelt leben will, dann muss ich entweder mit dieser Tatsache klarkommen, dass alle antisemitisch sind oder ich muss quasi Beweise dafür finden, dass das nicht stimmt, dass es möglich ist, auch antisemitische Prägungen in unserer Kultur zu entkommen oder entgegenzuwirken. Und haben das diese Bücher für dich geleistet? Unter anderem, also auch zum Beispiel die Werke von Jorge Semprun waren für mich sehr wichtig, weil Jorge Semprun war in Buchenwald als politisches Häftling, aber halt hatte sehr prägende Erlebnisse da gehabt mit den jüdischen Häftlingen und hat das alles in seinen Arbeiten aufgearbeitet und er hatte eine ganz klare nicht-jüdische Sicht auf den Holocaust, aber er hat diesen Menschen eine Würde gegeben, die selten quasi von nicht-jüdischer Sicht stattfindet. Auch Cheshwarv Mivosh hat es geschafft, die Juden, die er in seiner Kindheit und jungen Erwachsenen Jahren begegnet ist, eine individuelle Würde zu verleihen. Die sind nicht in den Begriff Opfer aufgelöst, die sind nicht in den Sammelbegriff Jude aufgelöst. Und in seiner Ehrlichkeit, also diese Ehrlichkeit von Rezori, den Antisemitismus auch in seiner Hässlichkeit genau anzuschauen, also sich nicht zu schützen oder irgendwie zu verschönern, das war für mich ein Geschenk, dass jemand sagt, nee, genau so war dieser Antisemitismus und ich war darin verstrickt und ich kann aber aufgrund meiner Lebenserfahrungen genau sehen, wie hässlich das ist und ich kann diese Hässlichkeit genau aufzeigen. Es war mir wichtig zu verstehen, dass die Außenwelt es auch schafft, solche Vorurteile auszupacken und zu entkräften. Das war ein Trost für mich. Es hat mir Glauben geschenkt, Glauben an Europa, Glauben an ein Nachkriegseuropa und ein Platz für mich als jemand, der in der orthodoxen Welt aufgewachsen ist, aber sich als Europäerin verstehen will. Und diese Menschen zusammen, also inklusive all diesen Namen, die ich auch schon genannt habe, diese ganze Nachkriegszeit, diese Nachkriegsliteraturen, die Auseinandersetzungen, auch die Konflikte, Das ist mein europäisches Erbe. Also dieser Versuch zu sagen, wie Adorno das auch hinterfragt hat, nach so einem Ereignis können wir überhaupt noch an etwas glauben? Gibt es überhaupt eine Chance, eine Welt wieder aufzubauen, die von uns noch etwas verlangen und erwarten kann und auch erwarten darf. Also eine Welt mit Berechtigung, mit Existenzberechtigung, Daseinsberechtigung. Ich wollte sehr an so eine Welt glauben und in diesen Büchern, auch in den hoffnungslosen Büchern, habe ich diese Berechtigung gefunden, weil es ist die Akt dieses Versuchs, sich diesem Thema, diesem ungeheuren Thema zu stellen. Dieses Stellen ist das, was mir Kraft, Vision, Entschlossenheit gibt. Und jetzt bist du aber schon lange die neue Deborah, nicht mehr in dieser Welt und ich frage mich in den Büchern ja, aber hier ist die Welt, auch nicht mehr die Nachkriegswelt, wo vielleicht viele eine andere Sensibilität hatten. Wie ist das, wenn du die Welt heute ansiehst, also wie geht es dir, also hier hast du diesen Trost gefunden, findest du den Trost auch in der Welt im Moment oder hast du das Gefühl, dass das schwer zu finden ist oder dass sich das doch vielleicht bewahrheitet, dass es irgendwie überall vorherrscht, diese Ich bin wie erwartet weniger naiv, als ich vor 15 Jahre war, vor 10 Jahre war. Ich bin inzwischen 37 und da kommt langsam so dieses Gefühl, man ist jenseits der sozusagen des Aufwärtsgehen. Man ist schon an der anderen Seite von irgendwas. Also jetzt ist es die Generation meines Sohnes, die aufsteigt, die eine Welt baut. Ich baue nicht mehr die Welt, ich gucke jetzt nur zu, wie andere versuchen, unsere Probleme zu lösen. So habe ich manchmal das Gefühl. Aber ja, ich bin nicht ganz hoffnungslos. Ich bin manchmal bedrückt und klar, ich bin oft traurig und muss mich immer wieder aufrappeln und ich muss immer wieder nach Inspiration suchen, finde aber immer wieder die Inspiration, auch in der Literatur von heute. Es ist nicht so leicht, weil natürlich solche Bücher dauern lange, bis sie ihre Bedeutung einnehmen. Dieses Buch ist in seiner Zeit nicht anerkannt worden. Dieses Buch war lange nicht mehr in Druck. Ich glaube, sie haben das auch alles aus dem Antiquariat. Manche sehr weise Stimmen werden einfach nicht gehört, aber sie sind trotzdem wertvoll für die Zeiten, die später kommen. Ich glaube schon, dass wir sind fähig zu lernen. Aber es kann sein, dass genau wie damals, als diese Stimmen es nicht geschafft haben, sich durchzusetzen, es kann sein, dass wir es in der jetzigen Krisenzeit, in der kommenden Krisenzeit, es auch nicht schaffen werden. Am Ende des Tages weiß ich schon, dass Bücher nicht von so vielen Menschen gelesen werden. Ich weiß, dass ich... Wir reden ja jetzt nach dem 7. Oktober, also auch nach einer Zeit, in der so viele Menschen wie nicht mehr seit dem Holocaust ermordet wurden von den Terroristen der Hamas. und das ist wahrscheinlich nicht tröstlich, sondern das Gegenteil und die Redaktionen, all das, was in Deutschland im Moment passiert, auch in Frankreich. Es ist ein schwieriges Thema, aber ich würde vielleicht doch gern wissen, weil ich höre, dass bei dir so diese Hoffnung, also dass der Wunsch, nicht aufgeben zu wollen, diese Hoffnung zu finden und jetzt plötzlich ein Moment, wo ganz viele sagen, wenn ich in diesen Konflikt sehe, it's an Abyss, also wohin kann ich noch mit? Wie geht es dir jetzt seit diesem 7. Oktober? Schlecht, definitiv. Also, ich dachte neulich nochmal über diese Bücher nach, weil ich finde es manchmal so schockierend, dass wir so viel aufgearbeitet haben, seit dem 2. Weltkrieg, wir haben eigentlich uns verständigt, also eigentlich haben wir uns auf Menschenrechte und Menschenwürde verständigt und dennoch gab es die Balkan-Kriege und es gibt jetzt Krieg und der Ukraine und es gibt jetzt diese Verschärfung des Nahost-Konflikts und überall sterben Menschen und wir haben aber eigentlich gesagt, wir wollen das nicht mehr und wir schaffen das, wir schaffen das, wir kommen gar nicht voran, also wir kommen nur voran in unseren Illusionen, der künstlichen Intelligenz genau, in unsere Selbsttäuschungen, da kommen wir voran, aber wir schaffen das gar nicht, die Welt zu verändern und das finde ich total unfassbar und auch entsetzlich und vereinsamend und was jetzt passiert ist natürlich für mich verbunden mit den Ereignissen überall in der Welt, es ist sehr stark verankert in unserem politischen Gefilden, in unserem politischen Gestrick und das kann man gar nicht isoliert betrachten, aber die Wahrheit ist, wir haben uns irgendwann damit abgefunden, dass Menschen sterben, also dass Menschen für immer werden sterben müssen, dass wir das nicht ändern können, wir haben uns damit abgefunden, das ist die Wahrheit und dann beschweren wir uns, wenn da nicht genug, sozusagen, wenn nicht genug Empörung da ist oder wenn nicht genug Mitgefühl da ist, aber die Wahrheit ist, wir haben uns selbst dieses Mitgefühl abschaffen wollen, also wir leben in einem konstanten performativen Widerspruch, wir sagen, wir wollen eine bessere Welt, wir sind nicht bereit, an diese bessere Welt zu glauben, wer an etwas nicht glaubt, sabotiert dieses Ziel automatisch, das ist eine psychologische Wahrheit, also wer in sozusagen sich selber therapieren will und will eine bessere Version seine selbst schaffen, aber er kann nicht mal daran glauben, der wird nie die bessere Version dieses Selbst, man muss an etwas glauben können, wenn man das erreichen will. Aber glaubst du nicht, also ich habe schon das Gefühl, dass es auch ein großes Mitgefühl gibt, also ich glaube nicht, dass wir uns mit dem Sterben schulen, aber nicht mit uns selbst, wir füllen mit uns selbst mit. In Deutschland gibt es nur eine Art von Diskurs über diese Themen und es geht immer um unsere schmerzhafte Erinnerungen, unsere schwierige Position, uns, also wir haben hier in Deutschland, was wir unter diesem Diskurs leiden, wie schwer es uns fällt. Ich muss gleich lachen, bitte nicht. Also es hat diese selbst mitleidige Komik, also ganz wirklich, ich kann es auch nicht mehr ernst nicht mehr. Wie heißt diese deutsche Therapie, die Familienaufstellung? Es ist wie eine öffentliche, kollektive Familienaufstellung? Ja, ich weiß. Also es geht, es war ja auch, als das wieder begann, gab es auch in den sozialen Medien sofort die Diskussion, wo man bei einem gewissen Prozentsatz das Gefühl hat, es geht jetzt um sie und ihre Debattenanalyse und wie sie eben, ja, aber ich glaube, es gibt ein paar Menschen, die inzwischen begriffen haben, es geht auch um uns als Menschen in der Welt. Ich glaube, es gibt auch einige Menschen, die versuchen rauszukommen. Wie geht es dir, wenn du jetzt siehst, wie viel jetzt plötzlich, ich meine, wir haben jetzt wieder Angriffe auf Synagogen in Deutschland, also wie präsent das ist, hast du Vertrauen, dass jetzt in dieser Krise, die ja erstmal wahrscheinlich leidvoll und schmerzhaft ist, aber dass wir einen Weg zur Verständigung finden, auch mit den Gruppen, die jetzt völlig, aus meiner Sicht, jede Grenze verlieren und jeder, also jeder Wunsch nach Dialog scheint ja, wenn man eine Synagoge anzündet ist, der Dialog ja beendet, also das ist ja einfach nur an Gewalt, dann hast du, siehst du eine Hoffnung da? Das ist ja mein neuestes Buch und darin habe ich eine Reise nach Israel aufgearbeitet und ich erzähle, dass der Grund, warum wir uns mit Israel beschäftigen müssen, warum ich mich mit Israel beschäftigen muss, obwohl ich nicht aus Israel komme und ich habe nicht die israelische Staatsbürgerschaft und habe keine Familie da und habe keinen Grund, mich damit zu beschäftigen, ich muss mich damit beschäftigen als Europäerin, als Mensch in der Welt, weil dieses Konflikt betrifft uns tatsächlich alle und zwar nicht nur psychologisch, sondern politisch und sozial. Alles, was diese Konflikt auslöst, löst es in der ganzen Welt aus und das hat eine sehr große Wirkung auf das Verhältnis zwischen Juden und Muslimen im Ausland, es hat eine große Wirkung auf das Verhältnis zwischen der Mehrheitsgesellschaft und Juden, zwischen der Mehrheitsgesellschaft und Muslimen und die, ich habe gesagt in diesem Buch, dieses Konflikt wird sich jetzt nur noch verschärfen, weil wir erleben zur Zeit eine ganz neue, unvorgesehene Spaltung innerhalb der israelischen und innerhalb der jüdischen Welt, nämlich eine Spaltung zwischen radikalen, rechtsnationalistischen Perspektiven und liberale, säkulare, friedensliebende Positionen innerhalb des Judentums. Und die friedensliebende Menschen, die uns so lange Hoffnung gespendet haben, die sind jetzt einfach in der Minderheit aus rein demografischen Gründen, die vermehren sich nicht so schnell wie die Radikalen. Und aufgrund dieser Spaltung entsteht eine Schwäche, die von den Feinden Israels auch ausgenutzt werden kann. Und diese Tatsachen verschärfen die angespannten Verhältnissen überall. Also man sieht das in Amerika und man sieht das natürlich sehr verstärkt auch bei uns in Deutschland. Und ich habe das schon geschrieben, bevor diese Ereignisse stattgefunden sind. Und ich habe gedacht, diese Ereignisse sind noch relativ weit weg. Also ich habe gedacht, okay, ich habe gedacht, zehn, zwanzig Jahre. Und ich bin seit, ich bin seit diesen, diesen Gewaltausbrüchen sehr ernüchtert und erschrocken, weil ich gemerkt habe, das geht ja sogar viel schneller, als ich dachte, wie viel Zeit haben wir noch überhaupt? Und können wir überhaupt noch umrudern? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde so gerne, ich war früher immer die Person, die gesagt hat, das ist alles möglich. Wir müssen nur glauben. Wir sind alle wandelbar. Die Welt ist wandelbar. Und jetzt weiß ich es nicht mehr, weil ich habe das Gefühl, wir brauchen Zeit, um uns zu ändern. Wir brauchen Zeit, um die Situationen zu verändern und die Verhältnisse zu verändern. Und wir haben diese Zeit möglicherweise nicht. Das ist ein bisschen so wie die Sache mit dem Klimawandel. Also wir sind einfach ein bisschen zu spät dran, manchmal mit unseren Einsichten. Das ist wahrscheinlich die Tragödie der Menschheit. Aber ich komme immer noch nicht weg über deinen Satz mit, wir haben uns das Mitgefühl aberzogen. Ja. Weil wenn du auch das beschreibst und was schlimmer wird, wenn wir dieses Mitgefühl nicht haben, ist für mich jede Basis des Lebens nicht... Die Verhältnisse zwischen Juden und Muslimen in Deutschland sind Schauplätze, wo deutsche Komplexe ausgelagert werden können. Also das heißt, indem muslimische Radikalen Juden angreifen, können Deutsche sich entlasten. Sie können sagen, da kommt der Antisemitismus, da ist die Gefahr. Wir sind hier nicht gemeint. Indem Juden sozusagen gegen Muslimen diskriminieren und sagen, hier ist ein grundsätzliches Missverständnis, hier ist eine Ablehnung unserer Werte. Es gibt ja ständig dieses Gegeneinander aufspielen. Da können sich die Deutschen auch entlasten. Also es passiert ja beiseitig. In Deutschland gibt es ein besonderes Verantwortungsgefühl gegenüber des Konflikts, nicht gegenüber Israel. Man sagt natürlich immer, aber es geht um dieses Konflikt. Wir sind verantwortlich für das Konflikt. Wir sind verantwortlich, dass es Israel gibt. Israels Staatsräson. Warum? Weil der Holocaust passiert ist. Aber auch, wir sind verantwortlich für die Palästinenser, weil die ganze Misere der Palästinenser ist ja nur aufgrund von Israel entstanden. Deshalb, wir sind ja auch verantwortlich. Und in Deutschland gibt es immer diesen Bezug gleichzeitig. Es wird erzählt, dass es nur um Israel geht. Aber es geht für die Deutschen immer auch um die Frage der Palästinenser. Und diese Verantwortung gegenüber beiden, diese Bevölkerungsanteilen in dieser Region wird so verlagert, indem man sagt, naja, das ist nicht unser Problem. Das ist ein Problem zwischen den Juden und den Muslimen. und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Spannungen und diese Trennlinien, die wir beobachten in der Gesellschaft, sind eigentlich Ventile. Die sind so Ventile für eigentlich deutsche Emotionen, für Frust, für Scham, für Angst. Und wenn die ganze Gewalt in der Gesellschaft, wenn die ganze Aggression sich nur unter den Minderheiten abspielt, dann ist die Mehrheitsgesellschaft ja schon, sagen wir mal, ganz erhaben da. Also die Mehrheitsgesellschaft muss sich die Hände nicht schmutzig machen. Im Prinzip. Ich habe das Gefühl, dieser Nahostkonflikt ist im Prinzip dafür da, um Deutschland zu befreien von dieser Last der eigenen Geschichte. Und deshalb nimmt dieser Konflikt auch hier so viel Raum auf. Viel mehr Raum als zum Beispiel sonst wo. Aber immer auf eine Art und Weise, nirgendwo wird das so verhandelt wie hier. Also die Zeitungen und die Medien, die berichten hier anders darüber als überall in der Welt. Inwiefern beobachtest du das? Es ist sehr persönlich. Es geht immer um unsere Gefühle. und unsere Bedürfnisse. Aber geht es im Moment nicht auch um unsere Gefühle? Aber es geht doch im Moment auch um, mit wem ist man solidarisch? Und ab wann darf man über wen reden? Aber eigentlich ist das eine abgefahrene Frage, mit wem ist man solidarisch? Natürlich sind wir solidarisch mit unschuldigen Zivilisten. Aber ist das auch im Moment nicht so, dass selbst das schon schwierig ist? Warum ist es schwierig? Ich frage ja dich. Ich will, dass jemand mir erklärt, warum es schwierig ist, sich mit unschuldigen Menschen zu solidarisieren. Meine Spekulation, wenn ich die Debatten beobachte, ist ja, dass man denkt, indem man sich beispielsweise mit auch unschuldigen Palästinensern solidarisiert, dass die Leute Angst haben, dass man eben nicht eindeutig solidarisch zu Juden und zu Israel steht. Also, dass die Solidarisierung auch mit unschuldigen Menschen bei manchen im Moment tatsächlich auslöst, dass man nicht eindeutig genug an Israel-Seite steht. Und die Debatten gibt es ja auch in den USA. Also ich habe jetzt auch intensiv im Vorfeld unseres Gesprächs. Es gibt diese Menschen, absolut. Es gibt diese Menschen. Das sind Menschen, die nicht aufrichtig sich mit Menschen solidarisieren. Das sind Menschen, die Solidarität nur als Floskel nutzen, um sich selber eigentlich zu profilieren. Das sind Menschen, die dieses Konflikt ausnutzen, um sich selbst auf sehr narzisstische Weise eine Plattform zu geben. Das ist Narzissmus, was da passiert. Also ich habe eine sehr große Community in Berlin und ich habe christliche Freunde und jüdische Freunde und muslimische Freunde und ich sage dir, all diese Menschen sind solidarisch. Also mit diesen Menschen bin ich eng verbunden und fühle mich total unterstützt und verstanden. Ich fühle mich nah mit diesen Menschen, weil ich weiß, wir haben etwas gemeinsam. Wir sind immer, immer auf der Seite der unschuldigen Menschen, egal woher diese Menschen kommen. Wir sind immer gegen Terror. Wir sind immer gegen Gewalt. Und das sind super einfache Grundsätze. Man muss gar nicht mehr sagen. Man muss immer klar sein. Aber dann gelingt euch ja genau das, was gerade heute fast unmöglich zu sein scheint, wenn man die Debatte sieht, dass es einen humanistischen Blick gibt, dass es einen Blick jenseits des Konfliktes entlang von Religionen und Staatsgrenzen gibt. Aber sowas will die Politik nicht. Ich habe oft das Gefühl, dass Menschen, die sowas sagen, das gar nicht so meinen, sondern die sagen das, um sich selbst zu entlasten, um eigene Gefühlszustände zu verarbeiten und umzugestalten. Also manchmal habe ich den Eindruck, gerade wenn man sich überlegt, sozusagen Timing, also zu welchem Zeitpunkt sagen sie sowas? In welchem Tonfall sagen sie sowas? Da kann man sehr viel raushören. Und da ist es oft schon verdächtig. Also wenn deutsche Politiker in den ersten Tagen nach solchen furchtbaren Ereignissen in den Fernsehsendungen sitzen und sagen, wir stehen bedingungslos zu Israel, dann denke ich immer, warten wir ab, was sie in zwei Wochen sagen. Weil meine Erfahrung zeigt mir, erst kommen die Floskeln und dann rudert man zurück. Und dann bedeutet mir die Floskel gar nichts. Ich unterstelle einen Mangel an Aufrichtigkeit an vielen Menschen, die im Zusammenhang mit diesem Thema in der Öffentlichkeit stehen. Weil das Thema ist ein Thema, was manipuliert wird, was instrumentalisiert wird. Es ist ein Thema, das eigentlich alle andere Konfliktlinien in unserer Gesellschaft austragen muss. Ich glaube nicht, dass es den meisten Menschen, die jetzt in dem Diskurs sehr laut sind, wirklich um diese unschuldigen Zivilisten geht. Auch wenn die das sagen. Ich glaube, es geht denen um ihre eigenen Kämpfe. Und die nutzen diesen Konflikt, um ihre Kämpfe in anderen Hinsichten zu untermauern. Die wollen das immer mit irgendwas verbinden, mit dem Thema Einwanderung. Die wollen das vielleicht mit dem Thema Vielfalt oder Krieg. Die haben immer eine ganz andere Plattform. Und die wollen das nur ausnutzen, um ihre Plattform stärker zu machen. Ich habe keine Plattform. Ich habe keine Agenda. Ich bin kein politischer Mensch im klassischen Sinne. Aber für mich, weil ich ja selber so hart gekämpft habe, als Mensch unter Menschen sein zu dürfen, als Mensch unter Menschen wahrgenommen werden zu dürfen, für mich ist das einzige Thema der Welt, womit wir uns beschäftigen müssten, ist Mensch und Mensch sein. Und was ist die Grundlage? Und inwiefern befinden wir uns alle auf dieser Grundlage? Was sind die Gemeinsamkeiten? Statt immer die Differenzen und die Unterschiede. Was macht uns eigentlich alle gleich? Wo sind die Punkte, wo wir überlappen, wo wir zusammenfinden können? Worüber können wir uns einigen? Lass uns zuerst über diese Punkte reden. Aber stattdessen fangen wir immer mit den Punkten an, wo wir uns nicht einigen können. Und wir vergessen dabei, dass wir es eigentlich schaffen. Und dann erzähle ich dir von meiner Community in Berlin und dann kommt so erst mal die Überraschung, dass das möglich ist. Aber das ist möglich, das ist überall möglich, aber es ist privat. Und die Öffentlichkeit hat schon lange sich von dem Privaten komplett abgespaltet. Aber auch das ist eine Frage, wo ich mich sehr gerne erinnere. Ist es privat oder ist das das Beginn von etwas Neuem, Politischem? Also natürlich ist es nicht die politische Sphäre, nicht die Sphäre, die du sagst, die sich so verkantet hat, dass da keine Lösungen mehr sein werden. Aber in dem Moment, in dem die Menschen eine andere Welt bauen, ist das ja auch nicht jenseits des Politischen. Also eure privaten Treffen sind trotzdem politisch. Ja, die sind politisch, aber... Weil ihr zeigt, es geht. Ja, aber wir sind nicht erwünscht. Wir sind nicht einfach zu verstehen. Wir haben keine schwarz-weiße Floskeln. Wir können das nicht alles auf einen Satz runterbrechen. Wir halten untereinander Ambivalenzen aus. Wir schaffen Räume für Dinge, die vielleicht nicht verhandelt werden können oder ausgesprochen werden können. Wir lassen Raum für Unübereinstimmungen. Wir leben damit. Und wer ist es, der das nicht erwünscht? Ich glaube, die Gesellschaft will ganz klare Kategorien schaffen. Ja oder nein, gut oder böse, schwarz oder weiß. Und die Wahrheit ist, dass auch wenn ich manchmal mit meinen palästinensischen Freunden nicht über alles reden kann und nicht über manche Themen eine wirkliche Übereinstimmung finden kann. Wir verlieren voneinander nie den Respekt. Wir verlieren nie diesen Wohlwollen und dieses Vertrauen, dass wir beide die besten Absichten gegenüber voneinander haben. Und das Problem ist, die Politik will ja keine guten Absichten und Vertrauen, weil die Politik lebt davon, dass es Misstrauen schüren kann. Jede Politiker, der an seinen Erfolg kommt, muss es schaffen, dass seine Wähler die anderen Politiker nicht vertrauen. Das heißt, wir machen Politik, indem wir sagen, alles andere ist eine Lüge. Aber das sagen auch die anderen. Alle sagen nur übereinander, das ist eine Lüge, das ist eine Lüge, ich sage die Wahrheit. Und dann bleibt einfach gar kein Vertrauen. Es bleibt gar kein Vertrauen. Und da die Menschen nichts haben, woran sie vertrauen können, die haben absolut gar keine Führungsfiguren, gar keine Vertrauensfiguren in der Öffentlichkeit. Also es gibt gar nichts. Und dann müssen sie untereinander dieses Vertrauen finden. Und das kann nicht jeder, weil dafür braucht man Werkzeuge, um Vertrauen zu schaffen. Also ich komme auch aus einer Welt, die es nicht geschafft hat, Vertrauen herzustellen. Vertrauen ist Arbeit, die geleistet werden muss. Und das können wir privat leisten. Aber wir können das nicht in die Gesellschaft nach außen tragen. Und ich würde mir wünschen, dass wir es können. Aber wann immer ich mich in einem Raum befinde, mit Figuren aus der Politik, da merke ich, das ist eine Welt mit einer anderen Sprache. Und in dieser Sprache gibt es nicht die Worte, die ich in meinem Alltag einsetze. Es gibt nicht die Begriffe, die ich genannt habe. Deborah, entschuldige oder verzeih mir, wenn ich mit einer schwierigen Frage enden will, aber mir geht nach wie vor dieses Mitgefühl nicht ganz aus dem Kopf, weil Menschen sich Mitgefühl aberziehen, habe ich mich gefragt, weil wir haben diese brutalen Bilder gesehen, auch die, die Hamas in die sozialen Netzwerke spielt, um zu sehen, wie Menschen misshandelt wurden, Terror in den Wohnungen, was mit Kindern passiert. Ich weiß auch nicht, ob du schon darüber nachgedacht hast. Du musst da auch keine fertige Antwort haben. Aber dieser Satz von dir, gepaart mit der Brutalität dieser Bilder und dieser Art, das in den sozialen Medien zu inszenieren, diese Gewalt, hat mich fragen lassen, ob es vielleicht, brauchen wir eben auch seitens der Terroristen immer mehr Grenzüberschreitungen, um überhaupt diese Tabus zu brechen. Also um überhaupt zu sagen, wir fühlen wieder Mitleid oder man kommt in diese abgestumpften Gesellschaft. Je schlimmer die Bilder werden, desto abgestumpfter werden wir. Weil desto ferner sind sie uns, desto unvorstellbarer, desto unverarbeitbarer. Das große Problem mit dem Holocaust, also nach dem Krieg, war, wie können wir den Ausmaß dieses Gräuers vermitteln. Und am Ende haben wir das nicht mit Bildern gemacht, weil ich habe mir die Bilder angeschaut, als Jugendliche. Ich konnte sie nicht verarbeiten. Ich habe den Holocaust so verarbeitet, dass ich mir individuelle Erzählungen angeeignet habe. Immer aus der menschlichen Perspektive und nicht dieses Bild, das von seiner Menschlichkeit beraubt ist. Das Problem mit den Bildern, die wir gesehen haben in den letzten Tagen, die waren so furchtbar entmenschlichen. Die haben uns entmenschlicht, als wir sie gesehen haben. Und wir leben in einer Zeit der entmenschlichenden Bilder. Und je mehr wir sehen, desto weniger sind wir von denen betroffen. Und ich habe das Gefühl, dass dieses ständige Zeigen der Bilder dient diesem Zweck, uns abzustumpfen und uns im Prinzip unberührbar zu machen. dann sind wir natürlich leicht manipulierbar, weil wir nicht mal berührt sind. Ich habe mich berühren lassen in den letzten Tagen von Geschichten. Ich habe Geschichten gehört in Podcasts und Interviews und ich habe gelesen von einzelnen Personen, die über ihre Erfahrungen geschrieben haben. Und ich erinnere mich an so eine Geschichte von einem Mann, der seine Familie in einem Kibbutz verteidigt hat, mit seiner Pistole, aber sehr viele Freunde und Nachbarn verloren hatte. Und er hat erzählt, früher ist meine Frau dreimal der Woche nach Gaza gefahren. Und da hat sie Kinder abgeholt, die in die israelischen Krankenhäuser mussten, um Blutwäsche zu machen. Und er hat gesagt, das machen wir nicht mehr. Und da waren zwei sehr große Offenbarungen da drin, glaube ich, für die Zuhörer dieser Geschichten. Die erste Offenbarung war, die Menschen, die in Israel getötet und geschändet wurden, waren friedensliebende Menschen. Die haben starke Verbindungen zu den Menschen in Gaza gehabt, zu den Palästinensern. Die Mutter von Shani Luk hat herausgefunden, dass ihre Tochter noch lebt, weil sie eben Verbindungen nach Gaza hatte, die ihr das bestätigen konnte, nicht von der israelischen Regierung. Diese Menschen hatten ein sehr starkes Gespür für die Probleme dieses Konflikts und sie wollten eine Lösung. Deshalb wurden sie zur Zielscheibe, weil sie eine Lösung wollten. Diese Lösung ist von den Menschen, die vielleicht die Macht hätten, so eine herbeizurufen, nicht gewollt. und dass dieser Mann, der sein Leben lang sich dafür eingesetzt hat, die Menschen der anderen Seite als Menschen wahrnehmen zu können, der kann das nicht mehr. Und wer hat dabei den Erfolg erzielt, wenn er das nicht mehr kann? Ich glaube, es gibt echt nichts Traurigeres. Wenn wir das verlieren, ist alles verloren. Ich hoffe, das passiert mir nie. Sorry. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Dann war es das. Dann trösten wir jetzt niemanden mehr hinweg über irgendwas. Ja. Ja. Okay. Okay. Danke, dass du da warst und danke, dass du deine Gedenken geteilt hast und deine Gefühle. Dankeschön. Dankeschön. echt. Okay. Danke.